Wir befinden uns zwischen Lohr und Magdeidenfeld in Erlach auf dem Main-Talhof der Familie Fleckenstein. Der seit 60 Jahren familiengeführte Bauernhof ist als Milchviehbetrieb für Radfahrer, Autofahrer und die ganze Familie ein hervorragendes Ausflugserlebnis. Der Main-Talhof ist geradezu ideal, um vor allem Familien mit Kindern eine intakte und lebendige Vollerwerbslandwirtschaft näher zu bringen. Passentierhaltung gibt es hier nicht. Hier verbringen ca. 50 Kühe den Großteil ihres Lebens auf der Weide mit saftig-grünen Wiesen in natürlich artgerechter Haltung. Genießen Sie die schöne Landschaft und den Kontakt zu den Tieren. Der Biergarten mit traditioneller Bewirtung sowie angenehme Übernachtungsmöglichkeiten machen den Aufenthalt für die Familie zu einem wunderbaren Erlebnis. Was wäre Deutschland ohne Landwirtschaft? Beim Anblick leere Regale im Supermarkt wird diese Frage immer deutlicher. Wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Landwirtschaft bis hin zu einem fertigen Produkt? Sehr viel Schweiß und Ausdauer. Die Stunde. Die Stunde. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018